Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht genügend Kräfte für einen Angriff Steiner. Das ist ein weißer Uniform, nicht ein weißer Tino, nicht ein weißer Tino, nicht ein weißer Tino, nicht ein weißer Tino, Ich rocke die Kimono, wie ich mit Bano rocken. Du bist nicht Judo, Du bist nicht Jiu-Jitsu, Du bist Kido, der Typ mit dem Speedo, Looking at mich wrong, mit Design, mit Pico. Das war ein Befehl, der Angriff Steiner, das war ein Befehl, Wer schickt sie? Das hier Staten sind mein Befehl zu widersetzen. Oh, weit ist das einfach Geld rum. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederpressiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion im Lob behindert. Es hat mit denen nur sechs Picken Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird ersaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dann öffnen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Lohen Sie, was Sie wollen! Die Befehle sind in der Nähe! 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 Die Befehle sind in der Nähe!